Hey, liebe Freunde und willkommen zu einer weiteren Part zu, äh, ich weiß, das Spiel nicht mehr, äh, zu Prince of Berger, The Lost Grown. Auf jeden Fall sind wir hier gerade und sind auf jeden Fall, wir kommen immer näher ran hier. Letzte Part war ein bisschen Fail, hatten wir einige Fails. Sieht auf jeden Fall auch hier sehr, sehr nice aus. Oh, das ist wieder so ein Schwertmeister, oh mein Gott. Ich bin aber ein normaler Gegner. Es ist so lächerlich, es ist manchmal wirklich einfach nur ein Witz, dieses Spiel. Der trifft mich in der Luft. Dreckig ab, Bastard, Alter. Ja, das kann ich auch, Alter. Tschüss. Alter, das sind so krass, manche Gegner. Ich bin einfach so schlecht. Das kannst du jetzt, den muss ich echt noch üben. So. Auf jeden Fall bin ich da relativ nah schon. Jetzt ist da ja wieder einer da. Hä, ich will an dem vorbeispringen, Alter. Als ob mich der so aufhalten kann. Da bist du ja endlich. Alter Mann. Alter Mann. Wir haben uns oft gesehen. In der Vergangenheit und auch in der Zukunft. Tut mir leid, ich habe keine Zeit dafür, Alter Mann. Keine Zeit? Natürlich hast du keine von uns, hat sie, Sargon. Woher kennst du meinen Namen? Ich habe keine Zeit, du hast keine Zeit. Niemand hat Zeit. Okay. Kann ich nochmal mit dem reden? Ne. Ja, dann waren wir aber schon mal hier, oder? Woher kennt der uns? Da komme ich rüber. Ah, hier ist so ein Kristall wieder. Die Kristalle bringen schon einiges. Der Weg ist so lang dahin. Was ist das zu spüren? Ne. Da komme ich nicht weiter. Ach, das erkennt man ja gar nicht. Random ausprobieren. Sieht schon geil aus. Oder es wird ein Teleportations-Spot, glaube ich. Oh mein Gott. Kriegt mich nicht, Alter. Ob die mich so krass abwehren können. Hä? Man kann die ja gar nicht treffen, teilweise. Alter, Leute, man muss sich das so anstrengen. So, hier haben wir mal einen Reisespot. Ich könnte eigentlich zu dem Ding gehen. Das, glaube ich, werde ich jetzt noch machen. So, der Dame da. Was macht der da? Hä? Ich will was machen? Ah, deshalb konnten wir damals hier nicht her. So, dann machen wir mal das. So, ich werde mir jetzt auf jeden Fall mal das Upgrade da holen. Das wäre eigentlich auch nicht so schlecht. Zusätzlicher Heildrank. Ja, wie die das einfach macht. Das ist auf jeden Fall auch nicht schlecht. Das können wir zwei Heiltränke tragen. Das ist schon mal geil. So, jetzt gehen wir nochmal schnell hierher. Was braucht man? Ich glaube, wir brauchen auch nochmal 500 hier. Willkommen. Möchtest du? Das ist eigentlich auch nicht so schlecht. Das braucht drei, Alter. Menolias Köcher. Boah, das ist auch nicht schlecht. Das können wir gar nicht reinhauen. Möchtest du? Mal ein bisschen mehr Dinger. Klingentänzer. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Da kann man schon sich krass upgraden. Das können wir auf jeden Fall ein bisschen... Tempel bei Tag auf jeden Fall. Ja, es bockt schon, das Game. Aber es ist wirklich an manchen Stellen echt verdammt schwer. So, meine Freunde. Wir sind auf jeden Fall wieder in der Nähe von dem Ding da. Was ist das? Nach oben. Alter, wo geht's jetzt hin? Es ist schon geil, oder? Können wir noch weiter nach oben? Ich glaube nicht. Wir sind fast da. Das ist wieder ein Wack-Wack-Baum. Oder komme ich noch gar nicht weiter? Da haben wir auf jeden Fall einen Wack-Wack-Baum. Ah, da komme ich nicht weiter noch. Das heißt, ich muss wahrscheinlich hier irgendwie weiter. Schätze ich mal. Alter, das sieht so geil aus hier, oder? Alter, what the fuck? Was ist das hier für ein Ort? Das ist schon sehr... sehr edel gemacht hier. Okay. Dem Raum kann ich aber überhaupt nichts machen. Nee, kann ich nichts machen. Okay, ganz merkwürdig. Oh Gott. Oh Leute, das war perfekt, oder? Also... Da oben kann ich nicht hin. Oh nein, ist einfach... Okay, das war easy. Ey, was ist denn das für ein Ort hier? Geht weiter, Hasan. Und kommt nicht auf Ideen. Ich möchte euch nicht schaden. Zergon, hör mir zu. Hasan kommt mit mir. Zur Seite, Zergon. Ich erledige das. Danke, Varam. Anahita, ergib dich doch. Varam? Nein! Hasan! Anahita, was verbirgst du? Wie konntest du, Varam? Unseren Prinzen töten. Hast du keine Ehre? Ehre? Pflicht. Haben wir nicht alle Blut an den Händen? Du bist nicht anders. Ich bin nicht auf den Thron aus. Ich töte keine Unschuldigen. Eher sterbe ich, als dass ich dir die Krone überlasse. So sei es. Varam, nicht! Anahita, verschwinde hier! Warum ihn töten? Hasan war nur Mittel zum Zweck. Vertraust du mir nicht? Du willst wirklich den Thron? Was wirst du dagegen tun? Das, was du mir beigebracht hast. Was? Oh mein Gott! Du dein Schlimmstes. Alter, was? Das müssen wir gegen unseren Käpt'n falten. Das kann ich aber, glaube ich, auch. Ja. Oha! Oho! Aber ich kann aber auch einen Tick, Mann. Na ja! Alla! Alla, wie stark ist er! Versuch es! Sovor wir uns so verarschen dürfen! Meiner blockt! Keine Chance! Alter! Alla, er hat den Ding geblockt! Er blockt! Er will den Thron haben! Du dein Schlimmstes! Geh's mal nicht! Okay. Boah, ich kann ihn schwierige angreifen, nur. Oh mein Gott! Der tritt komplett durch. Du wolltest es so, Sargon! Oh mein Gott! Sitzt jetzt der seine Fähigkeit frei, oder? Äh... Was geht denn jetzt ab? Alter, was zum... Ja, das ist jetzt so ein Blutrausch. Okay, okay. Oh, Mann, Alter! Den kann man ja gar nicht schaffen. Oh mein Gott! Ah, das ist gut gemacht. Der ist uns so komplett Haures überlegt. Keine Chance! Ja, der kann man... Mein Adra wegnehmen. Jetzt nicht! Andere kann man ja... Den soll ich bis hin können? Boah! Boah, Alter! Ja, du Bastard, Alter! Boah! Oh nein, er philischt mich! Oh! Alter, was? Okay, er kriegt mich komplett. Oh mein Gott! Ja, genau! Das geht immer ein erstes Mal. Du bemühst dich umsonst. Du kannst nichts tun, um mich aufzuhalten. Ich lösche jedes Kapitel, jedes Wort deiner Geschichte. Ich kann alles umkehren. Ich bin der rechtmäßige König. Sieh es ein. Du kannst es dir anders überlegen, Sarkon. Das hab ich. Du bist eine Waffe in Diensten Persiens. Das ist die größte Ehre. Vergiss das nicht, Sarkon. Ich bin Sarkon. Ich will den Weißen Löwen von Persepolis herausfordern. Du Streuner. Du Streuner. Aus welchem Loch bist du denn gekrochen? Waffen runter. Generalin Nate. Haltet euch zurück. Sonst zerreißt er euch. Und wo sollen wir deine Leiche hinbringen, junger Mann? Lass mich in den Ebenen von Jast oder am Ufer des Aras. Mir ist es gleich. Was führt dich her, junger Krieger? Man sagt, du bist der größte Krieger in ganz Persien. Ich sage, sie liegen falsch. Also gut. Tapfer bist du, Sarkon. Das muss ich dir lassen. Und Tapferkeit macht die Unsterblichen aus. Alter. Und Varam. Wie konnte ich mich so irren? Kais. Wo ist Layla? Was ist am Ende deiner Klinge? In diesem Fall der Boden. Deine Wut blendet dich, Sarkon. Rassan ist tot. Die Unsterblichen haben versagt. Erfolg, Versagen. Braucht jedes flüchtige Ereignis auf deiner Reise einen Namen? Hey, gib mir das Auge. Es ist meins. Oh mein Gott. Der entführte Prinz abgeschlossen. Karte nicht verfügbar. Der Tiger und die Ratte. War ja die Katzen, wo man jetzt da... Das war schon heftig. Das war schon wirklich sehr, sehr geil gemacht. Die Frage ist natürlich, ob die anderen Unsterblichen davon wissen, dass er diese Pläne hat, oder? Das ist nämlich jetzt die Frage. Oh, was ist das? Ach, da geht schon Schaden. Verlorener Anhänger. Nach oben kann ich nicht mehr. Ach, okay, dafür. Oh Gott. Und rein da. Das Problem ist, ich habe jetzt irgendwie... Dingens gemacht. Unabsichtlich. Jetzt haben wir den Heil dran kleingehauen. Boah. Nein! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh jetzt So ein Buck-Buck-Baum wieder Was ist das denn? Hä? Er trinkt das doch Jetzt bin ich verflucht, oder was? Wo ist denn der alte Mann hin? Boah, das Spiel ist Wieder so reingeworfen überall Und komm, ja So Scheiße Was ist mit dem? Gib meine Sachen zurück, alter Was war ich hingegen, alter? Ja, genau Ja, genau Wie soll man denn das schaffen? Der macht doch den Sprung gar nicht Der macht das in die eine Richtung Und die andere will das nicht machen Jetzt geht's Boah, die Steuerung ist aber an manchen Stellen echt auch nicht gerade die beste Was ist hier? Ach, ich kann die Karte ja nicht benutzen Oh nein Ey, was ist mit dem? Oh mein Gott, ist der Was will denn der Was will denn der Nach unten? Wo ist der? Ich fliege genau in so einen Scheiß rein Wow Ich weiß ja nicht einmal, ob ich hier Ob ich hier richtig bin Ach, Leute Das Bock hat Gar nicht hier Das Area Man weiß halt nicht, wo der hinrennt Ich bin einfach Wirklich One-Hit Da ist der Mann Oh, der ist so ein Wack-Wack-Baum Boah, war der gerade überlebenswichtig War der gerade überlebenswichtig Äh Ja, äh Hallo Wie hätte ich ihn da Aber ich kann auf das Ding drauf, oder? Ja Hahaha Alter Wow Okay, okay, okay Alter Oh mein Gott Wie stressig ist das gerade, das Game Boah, Leute, also Okay, das war Perfekter Jump irgendwie Ist irgendwo Hier ist so ein Wack-Wack-Baum Gut, Leute Ich würde sagen Wir machen hier im nächsten Mal weiter Oder ich würde sagen, wir machen hier im nächsten Mal Bleibt gespannt Bis zum nächsten Mal Und Ciao, ciao Ich bin Und Tschüss